Musik Wir haben sehr viele Aussteller aus Oberhausen und Umgebung hier bei uns im Zentrum, die ihre Ausbildungsplätze, aber auch normale Stellenangebote präsentieren. Wir haben ein sehr breites Angebot an Handwerk, wir haben die Bundeswehr sogar da, wir haben aber auch die Finanzverwaltung aus Düsseldorf und NRW zum Beispiel hier. Also können hier Plätzchen backen bzw. Teig kneten, sie können an einem Simulator für Eisenbahn, für Lokführer sich hinstellen und das ein bisschen ausprobieren. Also es ist sehr interaktiv und sehr viel Abwechslung. Das Zentrum sieht sich nicht nur als Shoppingcenter, sondern auch seine soziale Verantwortung, potenziellen Arbeitnehmern und für die Jugendlichen und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass die Oberhausener ihre Jobs festbekommen und einen Ausbildungsplatz für uns finden. Und wir wollen es nächstes Jahr auch gerne machen, wahrscheinlich machen wir das wieder vor den Herbstferien, weil es ganz gut funktioniert, aber da wir auch wieder wahrscheinlich ein bisschen größer werden noch als letztes oder dieses Jahr, überlegen wir uns vielleicht auch mal einen anderen Termin oder vielleicht auch eine andere Location. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.